Bist du bereit? Klar! Jetzt weißt du auch, wie die Outtakes sind. Outtakes? Bei mir gibt's nur Outtakes. Als Cheftrainer unseres HSV möchte ich... Lass es einmal kurz nochmal durchlaufen. Also einmal von der Schnelligkeit. Ich werde gehen, du musst jetzt einmal lesen. Kannst du lesen? Nee, kannst du lesen. Ich weiß nicht. Das ist von mir aus. Dann schaut doch mal auf unserer Kindertraining-Website vorbei und holt euch Ideen für eine spannende Einheit. Ab! Nee. Habt ihr das mitlaufen lassen? Diese Finger. Ja? Ja, genau. Und dann oben noch das Herz drin. Ja, genau. Ja, komisch. Fingersack, oder? Ja. Ja, das sieht aus wie ein Rätsel. Eins, zwei, drei, vier. Das ist hier zu weit. Ja, das geht in die Kamera. Das ist dein Kind. Ja, 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 das ist dein Kind. Zu hoch. Dann schaut doch mal auf unser Kindertraining-Website vorbei und holt euch Ideen für eine spannende Einheit. Tobi, wie ist denn das mit dem Ton aus dem Klassen von Felix? Okay, jetzt geht's los. Ah genau, natürlich, sehr gut. Was, natürlich? Ja klar, das hat die Zahlen natürlich. Dann mach ich mal so, hä, was? So wie sie zum Kitzchen machen. Aber ey, sonst wäre ich, glaub ich, gut. Himmel, Herrgott. Aber jetzt wird's richtig gut, wenn er richtig geht. Ja, Junge! Ja, ja, komm, machst du noch einen? Noch einen? Ja, komm, einen zur Sicherheit. Hat er Schmerzen? Oh, meine Augen. Nein. 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 Mein Gott, was für Scheiße hier. Jaaaaaaaaaaaa. Dann meldet euch jetzt an. Scheiße. Nein, ich mach falsch. Da steht was anderes. Das ist wirklich wie bei Nuri Yoga. Wow, Arme, Alter. Was ein Mortal, ey. Guck hier, Aron. Siehst du am Kopf? Siehst, Alter. Meine Fresse! Nein. Guck mal, eigentlich jeder macht aber auch so. Guck mal, Aron an. Zusätzlich zu deinem Trainings-, nein, Vereinstraining. Genau. Liebe HSV-Fensch. Nochmal. Just. Nochmal. Nochmal, Winter. Liebe HSV-Fensch, ich wünsche euch frohes Neues. Dann schaut doch mal auf unserer Kindertraining-Website vorbei und holt euch Ideen für eine spannende Einheit. Jawohl. Hannes, du darfst da bleiben. Ach, Freude Nolle. Vamos! Dann meldet euch jetzt direkt bei uns an. Wir freuen uns. Na, wie. Du bist aber. Da musst du den ganzen anderen lachen. Na, na. Na, na. Na. Na, na. Na, na. Na, na, na. Boast, mir lacht. Bruder, ich wusste doch, ihr bewegt euch mal. Torjubel? Das ist das Quatschen. Ne, das ist kein Quatsch. Torjubel? Torjubel. Ich? Meinst du? Ich hab schon so oft ein Tor geschossen. Normalerweise, ich würde eigentlich springen und dann so machen, aber ich kann nicht springen jetzt. Ja, Mann! Ich glaube, wenn ich einen Tor mache, mache ich einen Salto oder so. Ja! Also, das war mein Lieblings-Korriere von heute. Sehr gut. Jetzt wollte ich eine sehr lange Gedanken gemacht. Du auf Englisch, ich auf Ostdeutsch. Das ist mein Satz! Hatte das auch eine Stunde? Das ist dein Schild, Mann! Okay! Be sure! Tohne into the Hamburg Derby! Oh, genau das ist jetzt! Ohohohohoho! Das ist der Tod! Hallo HSV-Fans, ich wünsche euch fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch! Hey, ich freue mich! Nein! Spielst du selber? Nein! Keine Zeit, ich habe zwei Kinder! Der Blick ist übrigens sehr gut, du guckst ganz schön böse. Wahnsinn! Nicht so viel Jumbo! So richtig! Oh, mano! Don't man. Don't man. www.raute-dich.de abschließen. Stark. Liesst du öfter so? Ja, täglich. 2, 3, 4. Hast du jetzt gelächelt? Nee. Das nehmen wir schon, oder? Boom! One-Shotter, hab ich doch gesagt! Hey Kids, habt ihr auch Lust auf spannende Veranstaltungen? Lass mir einmal, was steht denn? Liebe HSV-Fans, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Warum lachst du da? Das sah so scheiße aus. Die Hand. Die Queen. Und schreien. Ja! Bleibt gesund, nur der HSV. So sieht's aus. Boom! Stark! Super, Janko! Ich danke euch! Was? Was? So. Salve Mara! Was? Ja! Du wiest. Bewusst! Tip ty? Und du? Ja! Vielen Dank.